Hallo Leute, jetzt kommen wir in meinem Video und zwar heute zocken wir das Spiel. Als erstes muss ich hier, damit das Video ein bisschen länger wird, extra für euch, muss ich hier kurz meine Trophäe nehmen, Leute, normalerweise habe ich ganze Level Trophäen gehabt, aber leider gab es in SuicideGuy ein Problem, ich weiß nicht warum, aber ich musste wirklich alles wieder von vorne, normalerweise würde ich dieses Video, also grad ist bei mir 13.40 Uhr, ich denke, ich würde es eigentlich so 12 Uhr drehen, aber weil ich wieder alles von vorne machen müsste, hat es halt ein bisschen lang gedauert, aber naja, egal, ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir zu dieser Ziege, so, also, warte, muss ich dort intus, ah, da ist so ein Buch, ich schaue kurz, äh, Nein, oder? Lass mich nicht raten, was es ist, es ist ein Safe Teufel oder so, Ja, das ist Teufel, Safe, Bro, Safe, aber als erstes tue ich das da, die Ziege, hierhin, Musik nehme ich mit, Geil! Oh Danach tun wir das da hin und wir brauchen ein Feuerzeug hier feuerzeug da muss ich halt draußen suchen verbehindert die map ist voll groß wie soll ich die statue finden hier ist feuerzeug wie soll ich die statue finden die ist voll groß die map du versuchst mal trotzdem zu finden man kann ja das ist eigentlich nicht so groß wie man es so erwartet aber schon groß glaubt die statue muss dann oben sein muss ansonsten muss von youtube nachschauen ja egal ich schaue es später von youtube an naja oder ich schaue es jetzt leute es tut mir leid welche level war es noch mal glaubt zu erwarten leute wir sehen uns gleich oh gott leute es ist hier ich bin so blind wartet der ist hier lang gegangen ne dort es ist hier leute ich bin blind guckt hier ja so leute so leute let's go let's go oh was geht jetzt kommen wir zum letzten level allerletztes level allerletztes level hier richtig richtig und wichtig so 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 leute runter springen wo du hör hä hä oh bl Seinen Rücken Andere Welt Ich habe keinen aim leute sorry Warte der bleibt manchmal so stehen und dann schießt ihn ab Soll ich ihn treffen Ja Ah Nice Voll gut Gemacht Ja Irgendwie Jetzt wird schwerer Bisschen Abkürzung nehmen Abkürzung Und Es reicht Oh Trost Was ist los Und jetzt müssen wir glaube ich springen Puh Schnell Schnell Oder Warte Warte mal bevor wir Das da machen muss ich jetzt die Statue finden Und dann können wir Das machen Gibt es hier überhaupt Statue Bitte Bescheid geben bitte Ich glaube hier oben Ich glaube hier oben Jetzt habe ich keinen Statue gibt's Das wäre doch scheiße Halt Spokal halt Was ist das hier? Halt was ist das hier? Es ist hier? Nein Ist es hier? Dann muss es hier oben sein. Aber hier ist es auch nicht, hä? Naja, Leute, wie es scheint, gibt es hier keine Statue. Ich habe überall nachgeschaut. Na, egal, wie spring jetzt. Okay. Das war's. Ich glaube, jetzt haben wir das fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass diese Tür offen ist. Yes. Jetzt müssen wir das Bier klatschen und außen muss uns überfahren. Fähig. Und jetzt steht es auf und fängt es und schläft dir ein. und schläft dir ein. Ihr habt es gehört, lass dein Lack da. Und schläft dir ein. Hö? Ach so. Äh, brö. Ich kann bewegen. Boah, das Musik ist geil. Naja. Das war das Spiel. Hier ist halt das Credits. Und so weiter. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es euch gefallen. Vielleicht ist es Liked, als du es um mich zu haben. Dafür gehen mich auszuschließen. Schaut mal in anderen, wie es passiert. Wenn ihr mehr davon zu wollen, lasst ein Lack, abonniert mich.